hallo und herzlich willkommen zurück oder Mahlzeit zu schönen guten Abend Oldboy oder schönen guten Abend ich dachte Mahlzeit weil wir jetzt gleich Früchte essen wir sind zurück die Tatour hat aufgetischt ja genau wir sind der Frutari ja deswegen müssen wir jetzt einfach so lange warten hier bis die runterfallen wir sind zurück im Oldtempel und wir haben am letzten mal einen neuen Mitspieler bekommen einen neuen Spießgesellen oder so ne einen alten Freund und Kumpferspecher ein alter Freund und Kumpferspecher ein Kumpan ein neuer Ex-Pirat der nicht einverstanden war mit dem Abhauen des eigenen Käptens gut dass das Gemüse hier nach wächst oder was das ist Danke 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 What's the trap? Hm Habe ja letzte äh Episode 6 nochmal gesehen von äh von Krieg der Sterne wie man früher gesagt hat und hab mich die ganze Zeit darauf gefreut dass er jetzt der Trap sagt Aber das hat er ja gar nicht gesagt wenn du Krieg der Sterne geguckt hast Ne Krieg der Sterne ist ja der Falle ist ja Episode 4 Krieg der Sterne Episode 4 Krieg der Sterne Episode 4 Wie hießen denn der Sterne Wie hießen denn 5 und 6? Im Deutschen? Ja Ja Das Imperium schickt zurück und äh Rückkehr der Jedi Ritter gemacht Ich habe Rückkehr der Jedi Ritter geguckt und die Bundeslade oder so Ist dir auch gefallen das ganze am Ende äh ist Chewie nicht da der kriegt keinen Orden Der ist da der kriegt nur Keinen Orden Kriegt keinen Orden Ja, das ist sehr nett von den Leuten Die sind echt richtig so Arschlöcher Es wurde ja gemunkelt Vielleicht hatten ja Leute gehofft, dass es aufgeklärt wird Mit Rogue One, warum Shuri keine Ahnung Aber sieh auf, es ist einfach immer noch falsch Kommen Sie doch mal ein Gegner oder sind wir jetzt einfach nur draußen Vielleicht, weil er ein Rookie ist Ein Rookie Hallo Ach Mensch So Auch viele hier Nice Multikill Das hast du schon auch schon nicht mehr gehört Ja 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 Look Schieb, schieb, schieb Ich habe eine coole Stadt Schieb, schieb block your fleet path it's the only way we can stop the pirates from reaching Edwin are you with us on this a phone a phone leaving the pirates is one thing getting on their bedside is another the pirates is threatening to attack Edwin if you won't help us why even bother to abandon the pirates you left because of your pride and you're proud of doing nothing yeah there will be further I was so sure you claim to be noble Donald I have decided you know I will aid you also also ich bin das sorry yeah it is true that the pirates have gone too far lately SSC I cannot simply stand by and watch das halte ich so richtig reden wir auf Captain Müllström Müllström truly aims to attack Edwin we must stop it in any way we can I Alphonse Alphonse would be proud to join your ranks I know we can count on you Alphonse Donald right Otis whoo whoo he no let's go we gotta get to the control room and do stuff okay let's go was soll ich machen nix oder fliegen na ist ja spannend oh das sieht alles sehr professionell aus hier aha aha mit einem goldenen schniepel der kurschen kann ich ja was machen kann ich mich hier drauf setzen naja ich dachte er wacht erst zum leben wenn du zurückkommst na na gut dann machen wir das so hier ist noch so ein Schäden vielleicht kommen wir welche Genome die sind hätte mit ihr uns woher russmann weiter er verfolgt sind sie sich hatte du musst sie zurück bringen uns da rein was so ein forschender geht das noch nicht das ist hier im verrunden was man nicht so geschickt die schuss brauche ich Es ist immer... Ich bereite mich immer auf was anderes vor, als dann kommt. Das ist so total ärgerlich. So, jetzt aber. Das ist die Battletoads, ey. Echt mal. Andere... Sehr gut. Einen Treffer noch. So, hier kann ich jetzt gar nicht mehr fliegen. Nee, weil Wasser. Weil Wasser. Weil Wasser. Weil Wasser. Bin ich eigentlich jetzt jedes Mal bei einem Boss gestorben. Das ist ja echt ein Erzender. Skip. Ja. Geht ab. Der hat nur ne kurze Zunge, aber nur ne gute. Die kannst du auf den Gain nehmen. Ich glaub du musst nur deinen Dash machen, oder? Ja. Oh. Diese Treffer, die einen immer so genau genomment an seine Dingsbums schieben, da. Ich find's fast besser, wenn ich nicht die Shotgun, äh, hab. Sieht echt so billig aus, find ich. Ich hab's nicht so gehabt. Wenn ich selber spiele, sieht das billig aus. Und es ist so fummelig da, an diesen Dingern hochzukommen. Aha. Krass. Das ist so, wie das, woran du am Anfang gedacht hast. Look, Kermit. Wie? Ja, nee, kannst du gar nicht. Äh. Äh. Cool Musik. Sonnenlicht. Master Otis, Master Geddy. Bunt, are we dead? I think you can open your eyes. Äh. What happened to it? It just froze in place. I don't think the water did any, did it any good. Das ist so, wie die, äh, wie die Wölfe, oder die, diese komischen Hunde, die wir von hatten. Is, is this another relic left here by the Owls? Hmm. I wonder. Let's touch it. Ähm. Ähm. Master Geddy. Äh, what are you doing? Ach, da kriegen wir was tolles drin. Okay, yeah, better, dear. Let's move, guys, bevor it does. Na, ist gut. Gerade so, ey. Ich dachte, der Stütz hier ab jetzt. Habe ich auch gedacht. Ach, kannst aber zurück. Da, wo der gestartet ist, da war ja, der stand ja irgendwo drauf. Hm. Ach, schade. Der stand da drauf. Das wäre ganz schön weiter Weg gewesen jetzt auch, muss ich sagen. Da. Auf, ey. Wir sind immer noch nicht im Control Room gewesen, oder? Das ist ganz schön weit zum Control Room. Ach, das hier auch. Hey, over there. It's the Control Room, but... Völlig überwuchert. All these machinery... It looks like it's been broken for decades. Oh. But then... Shouldn't the temple be closed off? The professor said that this machine was blowing the island apart. Okay, no. Could he have been wrong? We have to hurry, guys. If we can't use this machine to slow the pirates down. Ich habe echt Glück gehabt. Ja. They have a clear path to Advent. We might already be too late. Let's go. Ja, der Professor war doch eh so ein bisschen komisch. Der war so farnswert-mäßig. Kann ich... Ah, ich kann nur da raus, oder kann ich auch raus? Naja, so ist es zu... So komisch aus, ne? Enttäuscht. Hoffentlich kommen wir noch zur Münze. Oh, oh. Weit rausgesummt, ja. Jetzt zieht es wie ein Boss. Jetzt zieht es wie aus wie Fez. Oh, da sind so drei... Das ist aber kein offizielles Zitrimino. Stimmt. Guck mal, der Stein da oben, der guckt so komisch. Der griehen so ein bisschen. Ne, die Bäume gucken auch so. Nee. Was will denn jetzt? Jetzt sind wir wieder an der Oberwelt? Wenn es eine Karte gäbe, würde ich drauf gucken. Hm. Toll. Okay. Wenn mich es einfällt, dann sage ich, okay. Schau mal, hier nach oben fliegen einfach. Okay. Ja. Was ist hier noch was? Ja, Vögelchen. Das erinnert mich, der aber an Kitty Coruscant ist jetzt irgendwie verloren. Ach, da im Hintergrund. Ist das ein Atlas? Atlas? Advent meinst du? Mhm. Hm. Beta wird auf jeden Fall nicht besser. Oder wird es einfach nur Nacht. Bahnhof? Sind wir jetzt in Edwin? Was ist denn hier? Ähm, wo ist everyone? Alice, it has come to this. Donut. Listen, you two. I need to hide for now. You cannot be seen with me here. When the time comes, summon me with your teleporter, Otis. I must be off. Only Geddy has to talk all the time. What are you thinking, man? Let's go, Otis. We've got to check if us, you, and the pirates made in time. Und Cookies kaufen. Und Professor. Professor. Ah, so ist es hübsch hier. Advent settlement. Oh, das wäre aber auch nicht... Meine Güte. Ich wäre aber auch nicht gekämpft. Otis. Don't just stand there. Get inside. Hurry, you fool. Oh, nein. Oh, nein. Alle Leute, die wir gesprochen haben, plus noch jemand Neues. Move it. Hey. Yeah, this was einfach. Be quiet, Geddy. You're both to blame for this. What? What for? You idiots. You were supposed to shut down the old temple. Did you think we sent you out to have fun? Oh, how I wish I could have sent someone incompetent instead. Did you mean the flash on cough, zum Beispiel? Hey, no. There was nothing to shut down. 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 The control room was broken. The old temple has been shut down for years. The wind machinery was never active? Don't be ridiculous. We are all familiar with you and Otis Lackery. Your actions are inexcusable, Otis. You bring shame to old everywhere. And most of all, you bring shame upon me. Oh, it's feinlich gleich. Arsch. Ist das Typ, oder? Ich weiß nicht genau. Willst du? Nee. Willst du ein Charakter sprechen? Ich habe den schlimmsten. This is quite enough, as you. Kannst ja normal sprechen, einfach. Er kommt dem schon wieder oft vor. Rather than blowing up on this child, you should get to work defend, äh, wind. Ich fühl gut, dass du wieder so ein overacting machst und jetzt wieder so langsam sprechen musst. Nee, machen wir mal, wie du meinst. Strix, will you stop the silliness? Was ist denn Strix? Ist das Strix? Absolutely. Ich weiß nicht, wer das ist. Absolutely Kannel. Kano, no. Asio, we don't have time for this. As a fellow owl, you should know better. The entirety of Captain Molson's fleet is raining down Firebond Advent. My students and I plan to carry supplies to the turret gunners and do repairs. It will be dangerous, but it's the last we can do. Is there no way to strike back at the pirates? I'm afraid not. Our only recurse is our turrets. The pirate dreadnoughts are too heavily fortified to assault with our own ships. We can only hope, we can only hope, your only hope, that our turret fire will ward them off. Bonacci, Fib, let's go help the turret gunners. You and your students should do the same as you, if you can. Solace, you keep guards here. No, we have to hold Advent. Stay here. Mhm, ja. Ja, war so ein bisschen ängstlich, aber jetzt reicht es auch mal langsam mit den ganzen Charakteren. Das Bild hätten sie uns mal am Anfang zeigen sollen, dann hätten wir gewusst, dass wir das nicht synchronisieren. I'm off to help you. Mit dem geilen Buch auf dem Kopf. Otis, you have caused enough harm. You will stay in here. I will lock the door behind me as I go to help the others. You are not fit to help the others protect the city. Das ist richtig cool, der Typ. Canal, Solace, please see to it, that these two do not do anything stupid while I'm away. Das ist Solace und der andere heißt Canal. Das ist der beste Satz. That's stuck of old fool. Na genau, das kann ich mich ein bisschen aufregen hier. Ach, sollen wir nochmal ein bisschen mit denen reden? Müssen wir wahrscheinlich eh. Weißt, was witzig ist? Wir haben in der... Ne, nicht in der ersten, habe ich glaube in der zweiten Folge haben wir am Lager voll gesessen und da konnten wir so mit Dings reden und dann dachten wir so, ne, jetzt nicht. Chance vertan. Kommt nicht wieder, die Chance. Das Importieren geht immer noch. Ja, ich fliege immer noch. Ich gucke mir jetzt erstmal was denn an. Was wird denn hier gemacht? Kann ich auch runtergehen? Gepflanzt. Das hätte ich aber cool gefunden, wenn man hier so runter hätte gehen können. Ist ja cool gewesen, wenn du hier so einen Baum gepflanzt hättest und am Ende vom Spiel wäre da so ein richtiger, großer Baum. Ja, stimmt. Und alles hatte einen Einfluss, was man macht. Geh einfach mal ein bisschen raus. Ja, ich glaube, wir müssen einfach mit dir reden. Don't look so down, lady. Das sieht so weiblich aus, wie findest du nicht? If you made a mistake, you made it right in time. Ja, genau. Genau, rechtzeitig. Take ASEAN, the professor for instance. They've made plenty of mistakes. Only reason they're able to act all high and mighty. Now it's because they've worked hard to set those mistakes right. Missen that. Lady, is that right? Okay, it's acting like that's all. You didn't have the defense. We defeated a giant mechanical frog guard to get out of the control room. To get to the control room. But when we got there, it was already broken. Like we said, the machinery wasn't on in the first place. Really? Yeah. That's very interesting. It's been thought that the old temple was responsible for the island drifting apart from each other. I think if the temple isn't coming it, then I wonder what it is. I've been to learn into this matter. Yeah, genau. Forsch mal ein bisschen. Tschüss. Where are my manners? Yeah. Ah. My name is Nürn. Kennele. Kennele. My name is Kennele. I research biology and teach the children at the school. Yeah, sehr gut. I have a funny hat. Yeah, the hoods are the way. Yeah, I make rockets and bombs for fun. That's good. Pleased to meet you, Kennele. I'm Geddy and this is Otis. We're best buds. I intend to speak for him, since he's a mute. Well, pleased to meet you both. Oh man ey, was ist denn das hier für ein Geschnacke schon wieder die ganze Zeit? Jetzt müssen wir mit Dings auch noch sprechen, aber jetzt will ich nicht, dann, die kannst du jetzt nicht auch noch sprechen. Musst du ja alle sprechen, die hier im Haus sind, bis auf Otis. Hey, I'm sure you don't want to talk right now, but I want you to know that I believe you. You don't seem like the type lie, Otis. I guess we've both been dumped in here. I hope this all blows over. Good. Da ist natürlich keine lange Diskussion mit Geddy. Da ist ratzfatz Schluss. So, was soll ich jetzt hier machen eigentlich? Ich wette, du musst nur mal mit der Bombenfrau reden. Nochmal? Oder kannst du die Tür aufschlagen oder so? Aufschießen. Achso, das hab ich noch gar nicht probiert. Ach, ich probiere. I sure hope they don't hit my fuel storage. Okay. That will be quite a kaboom. 3, 2, 1. Boom. Ach, schade. Wo ist denn? Kann man das da oben irgendwie sehen? ich glaube es ist wahrscheinlich in dem das sind die Gitarren hinten so weg. Ich habe auch gedacht man hier rein kann aber kann hier nicht rein hoch. Oh. Hä? Achso, den Hörnern. How perfect that you summon me. Auszusehen übrigens. Quickly, we cannot waste time. I must speak with you. All of you in fact. Oh nein. Let's speak with you. We must stop the attack on the city at once. How are you supposed to do that? We've been locked in here. And there's nothing we can do against the pirate fleet. You must know that. Nothing we can do? Master Getty, I do not share your pessimistic outlook. I use Thunderbird. I know precisely how to stop them. Hey, you're a pirate, aren't you? Don't you perhaps have some information that could help us? Of course, we need to stop the dreadnought. Stop the dreadnought could stop the entire fleet. It's a massive ship, but it's got one weakness. Das ist ein kleines Loch. Ja, genau. Da muss er einen vor Tontorpedo reinschießen. We can sneak in through the bomb chutes and set off an explosive charge. No, es ist nah dran auf jeden Fall. Kaboom! Ist es nicht die Frau? Die heißt doch so ähnlich, oder? Ja. And Edwin would be safe. Das ist sehr gefährlich. Otis, Getty und ich sind ein nobel Mann. Wir sind nicht für Trifel wie Danger. Madame Kernelle, muss ich Sie für die Geys aus this building? Wir sind entdeckt worden. I don't know. Do I have any reason to trust you? I trust them. Otis and Getty are great guys. They wouldn't lie. Give these two brave souls a chance to show their worth. Let's go now. Here is Elki. If anyone asked us, we didn't see you go. Good luck out there. Let's go, little one. good luck. Schnell raus. Also das ist kein Ausgang. Kannst man heute nicht zu Abschied reden? Nein. Nein, nein, nein. Obwohl das wenigstens jetzt gleich verteilt. Was war 2 zu 2 das war eigentlich okay. Die ist aber auch ordentlich action dafür ich sagen. Aber weißt du was jetzt was jetzt ansteht? Metal Slug. Are you ready, let's move out and save the city? Okay, das nehmen wir auch mit. Tja, herrdings, Halloween, die ist beinahe gewesen. Das sieht aber auch wirklich sehr cool aus. Wirklich sehr schöne Pixelart. Ganz schön groß, die Stadt, finde ich. Das Gute ist, dass sie nicht reden hier. sondern nur kämpfen. Er ist dead und alt. Mann. Das war close, guys. Das invasion ist massive. This battle does not bode well for your capital We will have to try to make our way through the siege lines and make a difference. Well, we can't just charge through. We must try not to be seen. If these pirates see you, they will hunt you relentlessly. Most pirates are near indestructible. So please be careful. I'll help out as much as I can notice. But I don't think my pistol will help much here. Du könntest hier rumstehen und das kommentieren, was passiert einfach. Okay. Und ich würde sagen, bevor wir uns hier in die Schlacht stürzen. Stürzen wir uns aufs kalte Buffet. Genau, die heiße Schlacht ums kalte Buffet. Die kriegt ihr jetzt leider nicht mit. Ihr müsst einfach bis zur nächsten Folge warten. Dann sag ich, alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Fergie Wong Untertitelung des ZDF, 2020